Hallo ihr Menschen draußen herzlich willkommen zu Let's Play Survive Games mit der... Dein Auftritt Zeproxenalty, hallo! Das war echt schwer jetzt Ich hatte gerade erst noch gegessen Achso, du hast gerade noch gegessen... Ja, okay, warum nicht? Ja, das... Entschuldigung Mal sehen, ob wir es jetzt hinkriegen, hier eine vernünftige Aufnahme zu machen Ich versuche das Scheinertammchen ran Übrigens auch hallo an meine Zuschauer Ja, hallo Sag mal, du auf YouTube heisst Ich? Mhm Okay, Miyuki, hallo! Bist was? Was? Du bist was? Ich schreibe es! Ach nee, man kann ja gar nicht schreiben, oder? Doch Da! Ach nee, ich kann nicht schreiben, man kann nicht schreiben Wie heißt du? Pssst, sag ich nicht Nein, ich heiße Miyuki, hallo! Aber der Link ist wahrscheinlich... Achso Der Link ist wahrscheinlich aber auch in der Videobeschreibung Ja, klar Ich werde euch empfehlen, ihn zu abonnieren, neuerlich ist cool Ja, ich bin ganz cool Ja Besseres Sound Darf ich bessere Mikrofon? Was hast du, ein Mikrofon? Trost 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 Wo bist du eigentlich her? So? Ich spring Du bist auf anderen Seite Also du kommst mir nach Okay Du hast den Durchblick, ich merke schon Okay Komm schon! Das Geräusch nervt Oi Ich hab Essen und ne Eisen Kabel Wo bist du? So, ähm Komm mit Ich lauf dir nach Ich lass mich spielen Okay Sei nicht pervers Warum? Was ist denn daran pervers? Ja, überleg mal Ja? Was denn? Okay Wie lange ist hier die Kriegensperiode? Ich hab das zweite Mal jetzt hier drauf gespielt Äh, steht doch da Ja, jetzt steht's da Sekunden noch Wenn du Essen brauchst du Tappenbüsche machst Ich hab auch was Ich hab kein Schwert Ich hab auch kein Schwert Pass auf, da ist Ah nein, doch nicht Da ist eine Schwert Doch da ist Pass auf Da ist ein Schluck Kommst du? Ja, ich hab eben noch was gegessen Du darfst aber nichts essen, sonst wärst du fett Ja, das bin ich schon Ich bin ein richtig fettes Zumbo-Kind Ja, klar Oh Gott Komm mir nach Ich weiß nicht wo Hier war doch noch ne Truhe Oder war das die? Ich glaub das war die, wo bist du? Ich seh dich nicht mehr Ich bin alleine Hinter dir Ach da Die ist mal voll in die falsche Richtung Ich merk schon diese Aufnahme, die wird mal wieder der Wahnsinn Ja, aber sie ist auf jeden Fall witzig Er schleift Äh, geh du da durch Geh du da durch Geh du da durch Bist du? Das ist ne Druckplatte, das eh ich doch Ich hab Angst Oh! Was passiert da? Hinter mir geht ne Klappe auf Ich bin jetzt durchgegangen Hey! Bitte! Aber ich hab kein Schwert Und da war ein Name Ich hab einen Namen gesehen Komm nach hier nach Irgendwas erzähl Lauf nicht von meinen Du bist in einem Loch Du kannst hier raus Bist du des Wahnsinns? Was denn? Hä? 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 Was machst du denn? Geh doch hier lang Bist du des Wahnsinns? Ich hab's euch gemacht Ich bin halb tot gewesen gewesen ja mann ich brauche leute zum killen weißt du wo ich bin ja ich sehe dich ich habe die hinterher es ist ja gar nichts ich habe das ist nicht gut ich esse eine goldene karotte ich weiß doch nicht was du trinkst nicht viel hast du ein schwert für mich? das ist ein schwert für mich ne? nein schade hier rein? nein ne da ist nix ok dann gehst du noch weiter? oi ich brenne ah hier ist nichts scheiße ich lass mich kurz töten oh nein wie lange brenne ich denn noch? keine ahnung stirbst du? drei herzen zweieinhalb jetzt muss ich erstmal wieder abwarten komm ich muss kurz abwarten dass meine herzen ranken damit ich hier wieder rüberkomme du merkst bei meinen handlungen ja denke ich nicht ok schiesst da jetzt ein pfeil drauf wünsch mir glück leute und weg wo bist du? ok da ist nix passiert habe ich den drauf geworfen? oh man so jetzt pfeil oh gott oh gott oh gott und weg oh nein ich habe weg oh nein oh nein oh nein jetzt verbrenne ich Wasser wo ist Wasser ich brauche Wasser ich brauche Wasser ich brauche Wasser ich brauche Wasser jetzt ich brauche Wasser da ich sehe ihn so zu sehen mein halbherzen anderthalb oh gott komm mit so wir sollten jetzt keinen finden der mich töten könnte da habe ich einen pfeil drauf geworfen da ist aber nix passiert da hole ich den pfeil wieder und jetzt höre man so ähm explodieren warte leg da nochmal den drauf ach ok nicht wieder da auch so hier doch ganz schön spannend ne läuft ja klar ist da auch ne druckplatte ne aber hier geht's runter ja das könnt ihr auch gelangen hier ist ein trug auf ich habe einen bogen ja geil yay gut äh ich hole mir kurz den pfeil wieder weil dann habe ich sogar ganze zwei pfeile und kann mich da ist auch noch ne kiste ok hol die gleich ich hole den pfeil wieder ich habe auch nen bogen ok und ich habe immer noch sein Schwert ich brauche ein Schwert warte da ist noch ne druckplatte wie jetzt da hinten ich werfe nochmal überall was drauf da liegt noch ein Steak aber da kann man nicht ran hier liegt ein Weizen schaffe ich den Sprung ich komme ja schaffe ich und hopp so ähm hast du den Ton gehört ja der kam aber immer dabei also mal gucken was jetzt hier passiert ist ja eben es muss aber noch irgendwo ne druckplatte geben ja oder vielleicht ist es so macht das dann das kommende das kommende blöcke kill all ist ja doch schön oh mein gott da war ich schon drin ich weiss ich wollte schauen ob da noch ne druckplatte oder keine ahnung was ist ok ich würde sagen wir gehen jetzt immer weit hä ok was ist mit unseren Sachen oder wollen wir die wiederholen äh keine ahnung ich hole das hier nicht fake ah jetzt weiß ich auch was passiert ist da oben ist Licht angegangen nein werf nochmal was raus ich habe es gesehen werf wieder raus bitte lol ich habe es gerade gesehen hier oh geil hast du jetzt überall was drauf ja hier guck mal hier drauf gegangen ja lol wie cool aber man kommt hier nicht mehr raus glaube ich egal jolo wie tief geht denn das hier ich bleibe mal draußen oh hier ist ein Wasser wahrscheinlich ist das die größte ver- hier ist nichts warte warte oi ok ich bin in einem weiter was ist das denn hä was hast du hier hier fallen die ganze Zeit die Items raus aber eigentlich nichts wirklich tolles Geschwindigkeitspauschen ich will ein Schwert ach ja du musst noch an meine Zuschauer sagen wie viele Abos du hast ich habe ich komme nicht mehr weg ich habe mir gerade ein Ding trank geholt ein Trank der Regeneration das ist natürlich geil hier ich komme nicht mehr weg oh hei echt jetzt schaffst du es ich weiß nicht mehr was jetzt wieder aufmachen ah schön schön dies hier ja ich werde ja jetzt fallen mir es fallen mir schaffst du es äh ich glaube nicht ich habe eine Endpläne ich glaube ja ich glaube ja 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 über diese Ausflug hat sowas mit viel gebracht ich habe einen Apfel eine Geschwindigkeitspauschen und einen Fisch bekommen ok es hat sich auf jeden Fall gelohnt toll da bist du sie geht weiter spring da runter ins Wasser hoi 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 pop da oh schön ja jetzt habe ich eine geile Rüstung hier eine Enderperle willst du das da? habe ich von oben Regeneration ja brauche ich mal ein paar nicht aber ich ach man wir bräuchten noch ein Schwert das wäre nicht schlecht ja das wäre sehr gut weiter geht ja da oben ist was tolles was leuchtendes warte mal krieg den Schalt bitte nicht ne hier ist das auch eben tatsächlich was bewegt ich weiß das habe ich schon mal mit Seppi gesehen irgendwo muss was aufgegangen sein ja ja ich habe hier was gesehen warte mal ich mach den schalter nochmal an oh du hast den wieder ge- ne ne hab ich nicht okay wir machen ah hier ich sehe hä ja ich hab's gesehen ja 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 hier ist das okay so ohne Truhe mit nichts mehr drin ist wollen die mich verarschen oh hui nein ich komme nicht mehr oder hast du das gerade ja ach Glück hab mach ich auch bitte ein ach man dann meine ich doch so was macht man jetzt hier ihr bräuchten items ein Schwert so so gemeiner gemeiner vor allem oh Gott ach man ich will ein Schwert haben jetzt sofort mal gucken vielleicht gibt es hier in der Mitte noch Kisten gibt es die Kisten wie viele ja die sollten wir bekommen es steht hellblau dann komm mal da lang oh ein Pilz ich merke schon das ist die krass actionreichste Aufnahme die es gibt naja geht so ja kommst du wenn ich noch bei ach da bist du warum immer ich keine Ahnung ich mach das immer musst du wissen damit ein bisschen Kampfzehen hier sind oder jetzt wird es langsam gemein sag dann einfach wenn du nur noch so zwei Herzen und so hast Okay, da gibt es Bescheid. Hier ist was Tolles. Musik. Komm mal nach da hinten. Oh, oh. Drei Button. Aufmachen. Oh, schöne Musik. Das geht ja krass viel hier. Kommst du? Nö. Wo bist du? Komm, da. Ach, da. Okay, ich stehe. Wie war es? Nein! Warum? Okay, komm mit. Ich will gerne nach der Hände. Da wird wieder bestimmt schon wer gewesen sein. Keine Ahnung. Aha, schön. Zumachen, damit es nicht so zieht. Okay. Ja. Wie schön ist es hier? Ja. Soll. Warst du hier schon mal? Ich war noch nie mal in dieser Map. Wie war ich das erste Mal? Hier ist ein Doppel, Chris. Wir haben ein Schwert für dich. Oh, ja. Aber egal. Hast du genug Essen? Ja, Essen habe ich genug, ja. Okay. Äh, wir nehmen, wie heißt ich jetzt ein Kuchen? Ah, ein Bett. Ach, schade. Sie sind mehrere Betten. Aber man kann nicht schlafen, das ist nicht schade. Oh, wie mache ich? Weil sonst niemand her ist. Ach, ne. Ja, auch da. Da ist auch noch eine Kiste. Okay, ich gehe mal wieder raus. Du bist geäppelt. Oh, 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 oh. Bist du, bist du, Alter? Ich habe nichts gemacht, okay? Nee. Ich habe nichts gemacht. Oh, bis bin ich das in Teams erlaubt. Wahrscheinlich ist das jetzt ein Achterteam. Okay, komm. Warte, warte, warte. Ich gehe wieder runter. Oh, Mann. Au. Jetzt, jetzt müssen wir hier schön angreifen. Wir sind Feiertel. Das sind nochmal zwei Holzschwerte. Oh, ich darf mir alles anmachen. Ey, wie viele eigentlich schon gestorben? Äh, wie viele eigentlich schon gestorben? Der Deutsche ist echt... Hast du, hast du Level? Nein, hab ich nicht. Warte. Ach, hier müssen wir auch mit dem Entschuldigen. Oh, schön hier. Oh, schön hier. Oh, schön hier. Ja, hallo. Ich komm mit Schlecken, ne? Ach, hier war mir, war mir gar nicht. Oh, nein. Ach, hier war mir, war mir gar nicht. Hey, hey. 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 Super, jetzt müssen wir hier nochmal zurück, oder? Ich habe Angst. Ich auch. Soll ich die pusten? Nein. Ach komm, Yolo, hier. Ja, mach nach. Oh. Ich hätte jetzt gedacht, wenn ich so... Wow, macht das nicht mit, oh Gott. Warte mal, wie viel Essen hast du noch, also jetzt, ähm, weil, dann könnte ich jetzt einen Kuchen hinstellen. Ich habe voll. Ach so, ja, dann warten wir noch, bis du auch noch ein bisschen was weg hast. Oh. Ich glaube, dir mal hinterher. Ich bin wie so ein... Au. Ich dachte, du wärst gerade gestorben. Hihihi. Oh, Mann. Haben wir diese ganze Aufnahme eigentlich schon mal jemand anders gesehen? Nein. Nein. Ich bin schon mal. Hä? Das ist... Boah. Kommst du aus dich. Oh, das ist dumm. Das ist dumm hier. Weg da, das ist für so... Bei mir war gerade weg. Ich... Wo bist du? Ach ja. Warte, ich stehe jetzt einen Kuchen hin mir, ich habe Hunger. Da ist eine Doppelkiste. Mit einer Angel drin. Oh, das ist cool. Jetzt essen wir was hier, komm. Du könnt auch noch was essen, wenn du möchtest. Oh, werd ich dumm auf. Oi. Ist hier eine Trüge? Da warte ich schon. Okay. Ja. Ach jetzt, warum sind denn hier keine Spieler? Keine Ahnung. Hier rum gibts irgendwo den T-Knopf. Hm? Ja. Komm mal. Komm mal hier hoch. Komm, Hundi. Ja. Komm da. Mann, wieso bleibst du nicht da drin? Ach so, du hast gesagt, bleib. Schau dann, 50... Was? Oh Gott. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, Regeneration... Warte, 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 warte. Regenerationstrank habe ich noch. Joa. Okay. Den trinke ich einfach und dann werde ich alle töten. Aber warte, nicht am Anfang, weil es gibt da noch so eine Friedenspause. Ach so, ja, okay. Ach so, ja, okay. Du verarschst mich hier wahrscheinlich und drückst mich dann direkt, ne? Nein, ist wirklich so, ist wirklich so. Okay, ich behaupte dir. Wir bleiben bis zum Schluss und dann tönen wir uns. Okay. Wenn wir regeneriert haben. Oh nein. Wie lange dauert es? Der ist einer! Lauf weg! Nein! Nein! Zwei Herzen! Oh nein, ich brenne. Zwei Herzen habe ich. Hoi. Ich rede auch plötzlich. Ich kenne so was von tot. Oh nein! Ich habe auch Probleme hier. Komm, es nicht. Okay, komm, wir müssen zusammengreifen, oder lebstworte. Ich habe halbes Leben oder nicht. Oh, oder, wenn? Oh nein! Ich hab einen Bogen. Oh Gott. Er kommt. Oh, er hat mich getroffen, der Blöde. Pass auf. Der Blöde, Blöde, Jan. Komm, 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 komm. Oh, fress, du Arschloch. Oh, fress, hier, komm, komm, komm. Ich komme jetzt auch. Oh, der, ich brenne, ich brenne, ich brenne. Oh, pass auf. Ich habe ihn getroffen. Okay, jetzt. Wir haben ihn gut erwischt. Angriff. Ja. 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 Gut gemacht. Hui. Oh. Ich habe so eine Route. Wahrscheinlich verbrenne ich jetzt. Nein. Komm, wir müssen uns bekämpfen. Es ist nur noch 30 Sekunden. Okay, warte, hier. Drei, zwei, eins, go. Ich habe besser gewusst. Hi, hi, hi. Ja, Blatt, du gibst. Bei dir läuft's. Bei dir läuft's. Hui. Vier Herzen hat dich noch, äh, vier Herzen hat dich noch. Gut, das ist aber auch bessere Rüstung. Ja, ich weiss, ich weiss auch jetzt noch nicht. Wiese bessere. Psst. Geheimdruck. Okay, ich denke mal, das war's mit der Aufnahme. Die war eigentlich ganz gut. Boah, würde ich auch sagen, nee. Und, ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Guck doch mal bei ihr vorbei und bei euch, bei mir und so. Ne, ich stehe schon. Okay, dann. Tschüss. Tschüss. Bye-bye. Ja.